Okay, was können wir hier tun? Wieder Hulk-Modus, komm her! Hier, Hulk-Modus, na los! Okay, was war das denn? Was war das denn? Das ist kurz der Kopf verschwunden. Und so soll das auch nicht aussehen. Die Animationen sind noch ein bisschen schwammig. Aber na ja. Es gibt Schlimmeres. So. Na ja. So, nicht das. Schön. So. Okay. Hier ist nix. Okay. Das haben wir hier. Hm. Oh. Aufmach, die Gegner. Toll. So, nimm das. Hm. Schön. So. Ach, kurzer Prozess. Gut. Für die kann man überraschen. So. Was haben wir die denn hier gemacht? Das haben wir die überbracht. Okay. Wollten die selbst plündern und mitnehmen? Na, 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 na. Okay. So. Du, 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 du. Ist denn hier noch etwas? Keine Seele, okay. Ähm, warte. Warte, warte kurz. Diese Treppe da, können wir da hochgehen. Du, 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 können wir, okay. Was haben wir denn hier? Hm. So. Gut. Kurz warten und auffüllen. Du, 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 du. Okay. Hier können wir hoch. Interessant. Hier ist nix, okay. Sonst noch so. Eine Seele. Hier ist nix, okay. Gut. Was haben wir hier? In dieser Gasse. Hier ist auch nix, okay. Gut. Du, 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 du. Ja, muss sagen, das Spiel ist cool. Und da erfährt man auch ein bisschen Geschichte, was so damals passiert ist. So. Ist jetzt zwar nicht alles eins zu eins, logischerweise. Aber ist trotzdem interessant. So. Hm. Gut. Schließt euren Frieden mit Gott. Ja, ja, macht er mal. So. Frieden schließen. Hat jetzt geschlossen. Ist Feierabend. So. Und tschüss. Hm. Und noch Feierabend für dich. Komm her. Ja. So. Und tschüss. Hm. So, nimm das. Und tschüss. Lass mich mal mit. Hm. Und tschüss. Schön. So. Ich muss sagen, der zwei Schwetter. Steel is nice. Was? So. Das machst du nicht. Tschüss. Hm. So. Gute Nacht. Schön. Tja. Das waren alle. Schön. Okay. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Okay. Na schön. Oh. Ein Gegner. Interessant. So, nimm das. Und tschüss. Jetzt bist du dran. So. Gute Nacht. Hm. Tja. So. So. Und tschüss. Na, geh mal her. Ne, das ist das so. Und, wo ist euer Schwert? Wo ist denn hier noch ein Schwert? Da. So. Okay. Was haben wir denn hier? Kiste. So. Okay. Ich sollte das mal öfter benutzen. Was mach ich ab jetzt? Genau dafür. Hätte ich schon früher tun sollen. Aber naja. Da war ich noch. Nicht schlau genug, um das zu tun. Hm. Okay. Hulk-Modus. Na los. So. Ja, und das kann man auch im Koop spielen. Das wäre sich auch interessant. Hm. Tja. Aber da ich keine Freunde habe, können wir das leider nicht sehen. Stirb, du Verräter! Was soll das heißen, Verräter? Ich bin keiner von euch. Wir kennen uns nicht. Oh Gott. So. Tja. Wir sind in den Brunnen. Hier. Spatter-mäßig in den Brunnen geworfen. Schön. Hm. So, und in das. Gut. Hehehe. So, und in das. Hehehe. Und tschüss. Hm. Tja. So. Dü, 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 dü. Dankeschön. Okay, wir kampfen da. Hier ist ein Schwert. Gott. Lass mal sehen. Und da. Hier ist ein Werk. Hm. Okay. Kiste. Schön. Okay. Dü, 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 dü. Ah. Ich erlöse dich. Bis er löst. Das war wer anders. Oh. Das war ein Gegner. Ach so. Da ist eine Seele. Eine Seele, 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 Seele. Seele, 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 Seele. So. Bis er löst. Das waren alle. Schön. Endlich haben wir das mal. Oh. Gegner. Warte. Was soll das denn hier? Hallo. Lass mich angreifen. So. So. Hm. Na geht da. Jetzt bist du dran. So. Tschüss. Hehe. So. Hm. Gut. Hehe. Das ist echt cool. Die Finisher Moves. Ich mag die sehr. So. Okay. Nächste Runde. Döööö. Ein Kreuz fällt uns noch. Oder? Sie, Esteban. Die Hauptstraße liegt genau hinter diesem Tor. Ich hoffe, sie habe nicht zu viele Wachen zur Verteidigung hier gelassen. Oh, nö. Nein, wieso sollten sie auch? Ja, wieso, hä? Wieso nur ihre Stadt? Ja, stirbt. Na los. Die Waffen sind auch so zögernd. Hm, okay. So. So viel also zu dieser Waffe. Ja, die ist zerbrochen. Warte kurz. Du, 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 du. Gib mal her. Dankeschön. So, noch einer tot? Nö. Warum auch? So, nimm das. Hm. So, tschüss. So. Okay. Ja, gut. Ah, hast du es geschafft? Okay. Schön, schön. Okay. Okay. Äh, ich glaube, uns fehlt noch eine Kiste, oder? Fantastische Waffe, wie sie glänzt. Drei, äh, zwei Kisten. Hm. Und das Kreuz. Da ist eine Kiste. Dö, dö, dö. Okay. Ah, das Kreuz fehlt noch. Wo könnte das sein? Hm. Was ist hier? Okay. Ja, gut. Gehen wir. Esteban, komm und hilf mir hier bitte. Ja, hilf mal, was soll das denn? Hm. Dö, 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 so. Tja. Geht, das war's. Naja. Hm. Wenigstens fünf Punkte. Nicht schlecht. Okay, machen wir das nochmal vollständig. So. Gut, das haben wir jetzt. Da haben wir alle Finisher Moves. Nice. Okay, dann würde ich sagen... ...zwei Händerschwert. Ah, bist du. Du kommst als nächstes. Okay, dann nehme ich dich. Und... Und... Ja, dir. So. Spielt keine große Rolle. Okay, was haben wir hier? Stärke. Ja, Stärke. So. Schön. Okay. Hm. Doppelt gemobbelt hält besser. Aha. Doppelt gemobbt. Mit dem Mob sind wir unterwegs. Parieren alle ihre Schläge. Seht denn sie bloß einen Blockbrecher ein? Die Blockbrecher. Hm. Wie kann das sein? Wir sind am Tor, aber ich sehe nicht einen einzigen feindlichen Soldaten. Dann, Sam. Schau mal genauer hin. Was? Wie sind sie so weit gekommen? Schlagt sie nieder, Männer! Hm. Wir müssen dieses Tor niederbrennen, oder wir sind erledigt. Wir wechseln uns ab. Ich halte sie zurück, während du das Tor angreifst. Und dann tauschen wir! Na schön. Guter Plan. Auf geht's! So. Ich muss mich rausruhen. Also lass ihn hier. Verzeih dir. So. Hm. Okay. Ich muss mal angreifen hier. Ach Mann. Hör auf zu nerven. So. Kommt ihr etwa unendlich? Hm. Ach meine Fresse. Hör auf zu stören hier. So. Und tschüss. Hm. Du willst auch noch was? Komm her. Autsch. So. Nimm das. Hm. Und tschüss. Hehehe. Schön. So. So. Ich helfe dir. So. Gut. Ja. Ich bin dabei. So. Tschüss. Hm. Okay. Letzter Bahn greifen hier. Hä? So. So. Nicht das. Auch nicht das. Bitte den da. Dankeschön. So. Muss kurz auffüllen. Hm. So. Jetzt aber. Dich erlösen. So. Okay. Ist ja noch ne Kisse zufälligerweise. Nö. Okay. Hm. Na gut. Können wir das jetzt mal vernichten. Das wäre schön. So. Mann, Mann, Mann. Darf ich das überhaupt an? Ist die andere Frage. Hm. Ah, okay. Ihr habt ganz schön lange gebraucht. Nächstes Mal schicke ich jemanden mit Talent. Ha, ha, ha. Eine Balliste? Warum wurden wir dann überhaupt geschickt? Nachdem wir dachten, dass ihr gescheitert seid, waren Belagerungswaffen der nächste Schritt. Ist sie nicht prachtvoll? Oh, uns geht es gut. Danke der Nachfrage. Wenn ihr fertig mit Faulenzen seid, kümmert euch um euren nächsten Auftrag. Ihr zwei eskortiert die Balliste über die Hauptstraße bis zur Halbinsel. Und wenn sie auch nur einen Kratzer abkriegt, dann seid ihr besser desertiert. Bevor ich bei euch bin. Desertiere? Großartige Idee. Da muss einer drauf kommen. Ihr anderen kommt mit mir. Wir müssen den Weg für die Balliste freimachen. Ausrücken. Hm. Okay. Das wird da interessant. Oh, Küste. Küste. Geh weg. Küste. 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 Oder ihr seid dann mitschieben. Naja, was auch immer. Er ist ein echter Stratege. Ach. Schließt euren Frieden mit Gott. Ja, mach du mal. So, viel Spaß im Brunnen. Im Brunnenland. So, und du geh weg. Tschüss. Komm, mach ein bisschen schneller hier. Wir haben es heilig. So. Tschüss. Komm, da war noch eine Seele. Komm her. Ja. Hm. Warte mal kurz. Wir haben hier noch so einiges zum anschauen. Hier ist, äh. Uch, Kamera. Okay, jetzt nix. Hier gehen wir nicht durch. Alles klar. Da ist eine Kiste. Gib her. Schön. Hm. Können wir da was mitnehmen? Okay. Hier. Okay. Du, 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 du. Da ist noch eine Seele. So. Gut. Vier von fünf. Alles klar. Geht mal weiter. Na los, schiebt. Hä? Wir haben einen Soldaten verloren. Esteban, nimmst du seinen Platz ein? Nimmst du mich verarschen? Wie lächerlich war das denn? Hm. Ich schieb mal. Vorwärts. Nimmst du mich verarschen? Nimmst du mich verarschen? Nein. Oh. So. Würdest du mal aufhören zu blocken, bitte? So. Hm. So. Warum hältst du so viel aus? Hm. Sohne das. Ja. Gut. So. Gimea. Oh, wie so einer bist du? Na komm, verpisst dir. Für dich ist keine Zeit hier. Halt's Maul. So. Gimea. Hier. So. Gimea. Lass da her. Dankeschön. Noch eine andere Waffe. Ah, schade. Ist alles gut. Okay. Ach so. Schaff doch was. So. Okay. Na dann. Nutzen wir. Hä? Muss ich das hier spammen, oder was ist hier los? Okay. Muss spammen. Spammen, 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 spammen. Schon wieder. Ja, ich bin schon dabei. So. Und tschüss. So. Nein, lass das. Der Träger muss leben. Hör auf damit. So. Hm. Komm schon, stirr. Stirb schon. Gut. So. Jetzt bist du dran. Und tschüss. So. So. Hehehe. Gut. So. Du lebst noch, alles klar. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Stirb. Hm. So. Hör auf zu stören hier. Hm. So. Tschüss. Okay. Komm her. Los, griff an. Hm. So. Mette versuch. Und jetzt stirb. So. Gut, auch Zeit. Mann, Mann, Mann. Hm. Fertig. Okay. Kann man was mitnehmen. Und dann hier noch was. Okay, aber diese Kreuze. Irgendwie sehe ich die nicht. Wie versteckt sind die denn? Hm. Naja. Gut. Wir müssen weiter. So. So. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. So. Ja, wir machen bumm. Nicht so. Hä. Mette. Nicht bumm. Hä. Hä. Äh, was haben wir jetzt? Wo gehen wir hin? Hä? Hä? Sollen wir jetzt außen rum gehen, oder wie ist das hier? Ja.